Dieser Auftritt in einer Gesprächsrunde eines indischen Thinktanks kostete Marinechef Kai Achim Schönbach das Amt. In Neu-Delhi äußerte sich der 56-jährige Inspekteur der deutschen Marine zum Ukraine-Konflikt wie folgt. Was er in der Ukraine? No, das ist nonsens. Ich denke, Putin ist wohl, dass er pressure auf uns, weil er kann das. Und er weiß, dass er die Europäische Union splitzt. Aber was er wirklich braucht, ist Respekt. Er hat, an I-Level, er hat Respekt. Und mein Gott, dass jemand Respekt ist, dass es nur noch kostet, sondern nur noch kostet. So, wenn ich mich gefragt habe, dann ist es einfach, dass er den Respekt er wirklich braucht und wahrscheinlich auch kostet. Russland ist ein altes Land. Russland ist ein wichtiges Land. Even wir, in Deutschland, wir brauchen Russland. Denn wir brauchen Russland gegen China. von meinem Perspektiven, ich bin ein Radicaler Roman-Catholic. Ich glaube, Gott und ich glaube, in christianity. Und dann haben wir eine christianische Land. Das ist ein wichtiges Land, aber es ist ein wichtiges Land. Ich denke, dass das große Land, das große Land ist, dass es nicht eine Demokratie ist, als ein bilateraler Partner. Wir haben eine Chance, mit den EU und den USA, mit den USA, auf dem I-Level, auf dem I-Level. Es ist einfach, es ist ein einfaches Land. Und es tut uns, wahrscheinlich, Russland, aus China. Denn China braucht die Ressourcen aus Russland. Und sie sind willig, weil unsere Sanktionen, manchmal, gehen wir die wronge. Aber das ist von Polizien. Das ist von Polizien. Das ist von Polizien. Natürlich, wir können nicht auf was Russland ist, mit dem Russland. Das hat sich zu beendet. Und das hat sich auch zu beendet, was passiert in Ukraine. Okay. Die Crimea-Peninsule ist weg. Es wird nicht zurückgekommen. Das ist es. Das ist ein Fakt. Und wir müssen lernen, dass politische Probleme sind Faktoren und Emotionen. Das ist ein Fakt. 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 Kai-Ahim Schönbach hatte seine Aussagen auf Twitter später als unbedacht fehleingeschätzt in der Situation bezeichnet. Er bat daraufhin Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht um die Versetzung in den Ruhestand. Die Ministerin entsprach der Bitte um Entlassung umgehend. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Das ist ein Fakt. Untertitelung des ZDF, 2020